Der Sonax Pflegeratgeber Der Sonax Cockpit Pfleger Mud Effect Green Lemon reinigt und pflegt sämtliche Kunststoffoberflächen im Auto-Innenraum. Und der gehört zu einer kompletten Autopflege unbedingt dazu, denn hier sammelt sich schnell eine Menge Schmutz an. Deshalb sollte das Auto zuerst gründlich ausgesaugt werden. Der Sonax Cockpit Pfleger Mud Effect lässt sich mit dem Sonax Mikrofaser Pflegepad besonders effektiv auftragen. Durch seine spezielle Form können selbst schwer zugängliche Stellen problemlos erreicht werden. Der Cockpit Pfleger erhält die matte Oberfläche und Struktur aller Kunststoffteile im Auto-Innenraum. Er wirkt staubabweisend, antistatisch und schützt Kunststoff vor Wiederverschmutzung. Sonax Cockpit Pfleger Mud Effect eignet sich auch für Holzarmaturen. Das ursprünglich matte Aussehen des Cockpits bleibt erhalten, störende Reflektionen an der Frontscheibe werden vermieden. Natürlich ist der Sonax Cockpit Pfleger Mud Effect Silikon- und Lösemittel frei und hinterlässt einen frischen Green Lemon Duft. Der Sonax Pflegeratgeber Der Sonax Pfleger Mud Effect